hallo und herzlich willkommen zu einer folge pubg mobile mit dragonfly also ich habe mal also wir haben mal wieder also wir versuchen wieder eine runde zu spielen wir haben vorher schon ein paar runden gespielt waren nicht so schlecht aber auch nicht ziemlich gut entweder also einer von uns ist immer anfang gestorben schon ach ja 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 ich bin fast da jetzt sieht er den falschen und das läuft komischerweise flüssiger mit höheren einstellungen ich bin hier ich habe eine pfanne signalpistole habe ich ja ja dann kriegst du denkst blutrock da ist auch für mich was drinne warte kommen nach malta hoch dann ja ok dann kriegen wir so drauf bei uns valute ja gucke aber dass da keine helfen nicht dass wir abgeschossen werden und die den nötropfen haben wir den oben und wie können wir den hier unten landen lassen naja kriegst du drauf und das für jeden was drin ist so ein team volle ausstattung 3er helm 3er rucksack alles glaube ich also so ist das im rechten oh hier ist die k98 ich kann das im rechten boah hier ist kein schwein ey kein der hat die signalpistole weggelegt habe ich gar nicht mitgekriegt wo hatten der jetzt meine signalpistole in gelegt an die ist dies immer noch da signalpistole ist immer noch da ich komme hoch zu dir dann können wir luther prüft wenn das die signalpistole so ist jetzt die signalpistole so dass den job kriegs ja ich bin schon auf dem weg 300 m er noch ich bin schon auf dem weg 300 m ruf mal gleich 2 kannst du schon mal rufen dahin wo kommt der job dann hin da wurde das signal ja ich schieße meine noch nicht oder heißt das wenn jetzt eine not ist dass man die schießen kann keine ahnung das ist direkt ja wir müssen warten bis er auch nachkommt hoffentlich landet er nicht auf dem silo das ist ich gucke sogar unsere umgebung hast du ein scope zufällig was ich schieß meine kann ich nicht auswählen okay hier ja das wäre jetzt noch links von mir müsste noch einer sein ich habe die signalfostur schon geschossen ich gehe mal kurz zu dem anderen wir warten hier kurz ich gebe dir deckung ich glaube ich habe die signalfostur schon geschossen kann ich auch reingucken ja der landet auf dem link der landet da oben drauf egal der fällt runter nein warte der fällt runter mk 14 kannst du doch gut ja ich tausche die gegen die wir gucken mal nach einem scope hier drin für mich bitte ich habe keinen platz mehr warte mal ich bin ausgestattet voll alles naja ja ich bin ausgestattet voll ich bin ausgestattet voll ich bin ausgestattet voll das war kein scope hast du zu rügen kein scope gefunden nein ich war aber auch nicht bis ganz oben Eben eine Niner im Gehändler von Grün auf Grau. Ich mag Granaten mitnehmen. Oh, Lootrop ist auch nicht weit. Ok, ich bin ausgerüstet. Alter, der Lootrop kommt hier runter. Ne, da ruft einer. Komm, wir gehen in Richtung hin und... ...raten wir uns den. Das ist ein... ...Aufleucht-Viginalpistole. Aber wo hat er den gerufen? Ah, da ganz hinten. Da kommt man nicht hin. Ne, das ist überm Wasser. Wir müssen in die Zone, ne? Nein. Was? Wir sind doch drin. Hier war ich aber noch nicht. Die du hier gucken, nochmal. In den Häusern und so. Hier ist einer! Wo? Als wenn ich T-Mate nicht weiß. Hier ist einer SKS. Ach nee, du hast eine MK14. Ich hab die MK14, ey. Der hatte nur Munition und so'n Scheiß. Ja, wir müssen in die Zone, ne? Wo läufst du hin? Wir gucken nochmal, ne? Wenn hier ins Kopf liegt. Ich hab auch noch viele sieben. Ja, genug, Alter. Für die auch hab ich, ey. Ey, hau ab hier. Und ein holographisches, ey. Ich hab auch noch mal. Boah, wir haben es gar nicht weit. Na doch, 800 Meter. Da hinten ist ein Auto, aber das ist zu weit weg. Das könnte eng sein. In zwei Minuten. Das werden wir nicht schaffen. Aber die Waffe weg. Boah, wenn wir jetzt sterben, Alter. Dann ist der ganze Lut auch sonst gewesen. Ja, geil mit den Beseuchtssignalen, ne? Ich wusste, dass da jetzt dann ein Lut drauf kommt. Kenn ich nämlich schon. Mal gucken, die. Das sind wir. Ja, ey. Egal, das müssen wir aber schaffen. Kann man Sieg holen jetzt, ja? Weiß ich nicht. 25 Leute noch am Leben. Das ist mal locker. Boah, das erste Zone. 100 Meter in der Minute. Sollte klar gehen. Einfach rennen. Meine Waffe in der Hand, das ist gut. Ach. 222. Ja. W280. Ich weiß. Schießen, oder? Nee. Wenn du kriegst, dann ja. Aber du hast kein Links, ne? Ah, die laufen nach links weg. Echt? Die sind links hinter einem Berg. Ja, hier sind feiergeschützt. Vielleicht haben die uns schon entdeckt, ne? Ja, aber die... Wollen wir den hinterher? Die laufen weg. Egal, komm, wir holen uns die. Vielleicht haben die Scopes danach. Natürlich die Scopes, aber die laufen... Die laufen bestimmt zu den Häusern da unten. Nach links sind sie gelaufen. Hier, ne? Nee, links. Hier, links von uns. Hier? Weiter links. Wo ich... Hier, ne? Die sind außerhalb der Zone rausgelaufen. Hier, nach links raus. Wo du jetzt hinläufst, nach links. Weiter. Guck mal. Oder die sind hier in den Häusern drinnen. Aber wieso sind sie dann hier nach Süden gelaufen? Südosten? Warte mal, vielleicht sehe ich die hier noch. Ja. Die hier auch können. Die sind da rausgelaufen. Die sind bestimmt hier runtergelaufen. Bestimmt hier runtergelaufen. Hier wahrscheinlich. Am Zonenrand lang. Auch kein. Du solltest einen Fehler machen, ey. Motorrad. Hä? Nee, doch das ist ein Motorrad. Da hinten, ne? Da hab ich ja auch gerade gesehen. Ey, wir müssten sie doch jetzt schon sehen eigentlich. Tausend Meter. Wie? Hä? Jetzt welche oder waren das keine? Da waren welche, aber die sind... Ja. Abgehauen. Ja, und sind oben doch in den Gebäuden drinnen oben. Hier war auch kein Auto. Weit und breit. Wo bist du? Hier hinten am Haus. Am Motorrad. Ich komm zu dir. Ja. Oh, warte mal. Ist die Tür auf? Hier sind die Türen auf. Wir waren hier. Wir haben nur noch eine Minute 35. Für 1000 Meter. Ja, Motorrad würde ich sagen, ne? Ja. Das ist ein Motorradfahren hier, ne? Vielleicht haben sie es ja verbessert. Weil du springst, ey. Du musst ja auch... Das ist ne... Okay, das steht. Das Auto. Hier irgendwo. Da wurde ein Loot Shop abgeworfen. Normaler. Können hier überall sein, ne? Ist halt die Frage jetzt. Hier irgendwo sein. Irgendwo. Oh. Ja, für das. Hä? Geil. Hast du Schaden gekriegt? Ich glaub den Schaden hatte ich schon vorher. Den bisher. Wir haben alle den Schaden. Ja. Du droppest hinten auf dem Berg, ne? Und so ausgestattet, ey. So war ich noch nie ausgestattet, hier. Ich hab noch nie ausgestattet, hier. Ich hab noch nie ausgestattet. Na ja, doch. Das ein oder andere Mal. Na ja, gut. Da sind wir... Willst du darauf zugelaufen, oder was? Ja, ja, klar. Wenn da jetzt wer ist, gleich abknallen, ne? Wir brauchen einen Scout. Für die... MK14. Weil die hinter mir... Die hinter uns machen mir irgendwie... Sorgen. Aber wo sind die? Die waren ja auf einmal spurlos verschwunden. Hier musst du auch immer aufpassen. Hier hocken nämlich auch manchmal mal welche drinne. War eigentlich 17 nur noch. Also... Eigentlich YOLO hier. Eigentlich gut. Ich will wenigstens mit der AWM schießen. Oh, Loot-Drop ist nicht weit von hier. Ein paar Meter nur. Aber da könnten sie up-aimen. Die besten oben auf den Berg hoch. Nicht auf den Berg hoch. Loot-Shop brauchen wir nicht mehr. Ja, aber... Upaim. Also... Dank ihnen. Na gut, wenn da jetzt keiner ist, ne? Oh, Schüsse links. In der Stadt unten. Ja, höre ich. Ziemlich nah. Da hinten bei den Häusern, ne? Lass mal weitergehen hier lang. Oben. Hier wurde getötet. Auto. Baum, Baum auf 275. 275? Ja. Baum, pass auf, der ist mich glaube ich. Er hört mich nicht. Läuft... Läuft zum Loot-Drop. Warte, warte, warte. Kommt genau auf mich. Kommt genau auf mich zu. Ne, kommt. Wo denn? Der läuft auf... 285 läuft der da. Im Kreis rum. Okay, der kann mich nicht sehen, glaube ich. Weil ich hinter dir bin. Ich glaube nicht. Ich komme zu dir. Leg dich nicht. Leg dich am besten ins Gras hin. Ja. Der läuft da immer noch? Ja, der läuft zum Loot-Drop hin. Der läuft den Berg runter. Was seht ihr nicht? Hinter Baum. Auf 220. Jetzt pass auf, der ist die Lichtloot an. Hier unten? Direkt, oder? Ja. 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 Achtung, Nate. Der müsste da hinten... Der hat aber geliebt. Pass auf. Ich sehe ihn. Ich... Der hat mich down, Alter. Ich habe nicht getroffen. Ey, was? Was ist das, Mann? Ja, das war eine Folge von PUBG Mobile. Mit einem nicht so schönen Ergebnis. Das geht nicht so gut, ey. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.